Meine liebe Damen und Herren, Sie haben vorher die arie Vokalist von Arnaud Babagenian gehört. Arnaud Babagenian ist eigentlich ein sehr vielfältiger Komponist. Er hat sehr viele klassische Werke komponiert, aber besonders populär ist er geworden durch seine Poplieder, die er besonders in den 70er Jahren viel geschrieben hat und in der ganzen Sowjetunion hat man seine Lieder gesungen, überall. Man hat getanzt unter seinen Liedern und er hat auch viel Filmmusik geschrieben und die Bevölkerung in Armenien kennen ihn eigentlich viel mehr durch seine Lieder, aber ich wollte nur sagen, dass er ein vielfältiger komponist ist, der viele instrumental-konzerte, kamer-büziek und weitere kompositions. Und dann hat er es auch noch ein bisschen zu sein, und dann hat er die Leute gesagt, dass sie die Bekriege sind. Also, die Leute sind die Bekriege, die Leute unter dem die Bekriege. Die Bekriege sind hier, die Bekriege sind hier. Zurück einen zweiten Teil von Guernitz. Wir sind die zehn Jahre lang in Dock, mit einem sieben und einem sieben. Sie haben einen herzlichen Igaway-Test in der Baile, Deine Schuhe.